Altweiber in Neuss Altweiber in Neuss. Schon am frühen Donnerstagmorgen war in vielen Neusser Schulen eine ausgesprochen gute Karnevalsstimmung zu vernehmen. Auch im Neusser Quirinos-Gymnasium kam ein Großteil der Schüler teils sehr originell verkleidet in die Schule. Normaler Unterricht fand da natürlich kaum statt. Und nach fünf Kurzstunden war der Unterricht pünktlich um 11.11 Uhr auch schon wieder beendet. Im Anschluss zogen die Schüler des Quirinos-Gymnasiums dann auf schnellstem Wege zum Mädchen-Gymnasium Marienberg, um dieses dann traditionell zu stürmen. Auf einmal war große Partystimmung an der Mädchenschule angesagt. Nach ein paar Minuten hatten es bereits die ersten männlichen Schüler geschafft, in das Mädchen-Gymnasium einzudringen. Doch Schulleiter Josef Burdich, seine Lehrer, der Hausmeister und die Polizei waren auf der Hut und schickten die Eindringlinge zügig wieder ins Verhalten. Andere hingegen versuchten durch die Fenster in die Schule zu gelangen. Doch auch dort gab es irgendwann kein Durchkommen mehr, denn Schulleiter Josef Burdich höchstpersönlich beförderte die eifrigen Kletterer wieder auf die Straße. Aber auch vor der Schule ließen sich die vielen männlichen Schüler ihren Spaß nicht nehmen und sorgten für ordentlich Stimmung. Die Marienbergstürmung hatte im Übrigen auch Auswirkungen auf den Verkehr an der Neusser Rheinstraße. Dort nämlich musste der Verkehr von der Polizei vorsorglich umgeleitet werden, da die vielen feiernden Schüler die Straße vor der Schule nahezu verstopften. Und während beim Gymnasium Marienberg die Post abging, war auch beim Stadtkurier beste Karnevalsstimmung. Denn hier war zunächst die Band Alt-Räucher zu besuchen. Später kam sogar noch das Neusser Prinzenpaar vorbei. Bei dieser Gelegenheit bekam Stadtkurier-Chefredakteur Frank Möll sowohl einen Orden vom Neusser Karnevalsausschuss durch Jakob ein, als auch einen Orden von Prinz Peter dem Ersten. Wir danken dem neuen Magdreier von Maus, Frank Möll! Freibau und Swiss! Hello! Swiss! Hello! Swiss! Hello! Und wir sind nicht mit leeren Händen gekommen, sondern wir haben das Größte und Schönste mitgebracht, was wir haben. Unser Prinzenpaar! Prinz Peter der Erste und Diana die Erste, die die Frage schön einträgt. Herr Treffer, sonst nix auf unser Prinzenpaar! Hello! 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 Wir sagen Dank mit dem Sessionstag des Karnevalsausschusses, Kürzchen. Tolle Schwimmung hier, wir haben natürlich auch was mitgebracht. Wir haben natürlich auch was mitgebracht, wie Novesia. Bitteschön. Kürzchen, Ron Hetzel, sonstige Spür. Eben. Eben, ein Herz von Herzen. Unst es, hello! Unst es, hello! Unst es, hello!